Warum machen die das nicht, verstehe ich nicht. Warum schreiben die das nicht rein? Vielen Dank. Norddeutscher Rundfunk Leute, fahre dann ständig! Geh mir hier nicht raus, Lola! Witz, ne? Ah, das stimmt, Rundfunk. Ich denke, die Finger zeigen. Dann löst er aus. Es ist gut, dass der vorfährt, weil der weiße ist, wo er an sich ist. Oh. Oh. Oh, das ist gut, wer weiß. Oh. 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 Die hat einen Golf hat gefragt, wo man die Videos dann runterladen kann. Ja, Residiem. Ja, kann ich so sagen. Ja. Ja, das ist jetzt nicht so. Ja, das ist jetzt hier. Ja, das ist jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Einmal geht gleich bei unserer Theodor-Holstrasse. Ich habe die Fertur-Holstrasse. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Es ist auch der Ende! Es ist auch der Ende! Oh! Sollte Ja, ich habe in die Crackwater die Herde, ich habe es selber gemacht. AUS! AUS! Hier war ich da früher mit dem Weingang drin, da ist die Radiobor. Hammer! Hammer, Hammer! Und hier ist das so Schokoloko! Seht ihr da, wo sich die Jungs rausgezogen haben in dem Film? Verdammt! Arschkarte gezogen! Nein! Was würde ich nicht machen, weil da ist der scheiß Blitzer! Ja! Zum Glück nicht! Ich wollte auch schon so überleben, da habe ich es gesehen! Ja, lieber nicht! Ist der scheiß R2, das ist laut, das ist doch immer normal! Aber richtig gut laut! Aufgereiht! 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 Sollte 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 Hey, schick. Was ist denn da? Ja, was geht denn da? Alles ist da. Schau wieder, hau auf den Blitzerli, du! Ja, die wollten halt, dass man sich an die Verkehrsregeln hält. Der Golf hat dem sein Motorchen drin. Oh, ein Dodge Charter! Der Golf hat dem Motorchen drin. Das ist ein Dodge Charter. Der Golf hat den Schrauben drin. 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 Der Golf wird schnell zurückgebracht. Der Golf hat den Schrauben drin. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Ah ja, zwei Stück GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank.